Der Gebet für unsere Töne Dach 12 Bede, dort in Icenia, sich vollst an Gott höhlen, dort soll eine Liedenschaft für Gott entwickeln. Psalm 23 heißt es, meine Säule hängt an dich, dein rechter Hund hält mich abrecht. Ein kleines Baby hängt eine Mutter in Brugtei, ein anwassender Junge, der hält sich an seinem Vater seine Hand und brugt seine Hälfte. In der Säule wie die Töne auch lernen, ob an seinen himmlischen Vorderhahn wiesen, hat sie auch von Junge an wild lernen, sich an Gott seine Hand vorzuhören, arm zu verträgen. Und ob sie nur Folie von Jesus Christus waren, ob sie selbstständige Christen waren in ihrem Leben, in Dormät und ob sie kommen, ob sie gerad wurden sein vor der Ewigkeit in diesem Leben, dem Herrn Jesus Donen in einem nur Folien. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020